Hi Ladies, ich bin's, Nathaline und ich habe gerade mit Erstaunen festgestellt, als ich in meinen Bikini-Mitgliederbereich für Frauen reingeguckt habe, dass ich es geschafft habe, wirklich ein halbes Jahr ein Programm zu entwickeln, wo ihr jeden Tag zwei Videos von mir bekommt. Ja, das Programm ist jetzt fertig. Ganz viele Frauen habe ich so auch schon geholfen, ihren Bikinibauch für den Sommer zu bekommen. Und wie gesagt, heute ist es soweit. Ein halbes Jahr kriegt ihr jeden Tag zwei Videos, wenn ihr euch da anmeldet. Einmal zum Thema Ernährung und einmal zum Thema natürlich auch Bewegung. Ganz wichtig, einmal am Tag richtig schwitzen mit meinen zwölf Minuten Crossfit Workouts, die ihr entweder im Fitnessstudio machen könnt oder auch zu Hause. Ja, ich habe im letzten halben Jahr auch extrem hart an mir gearbeitet, habe auf eine saubere Ernährung geachtet, habe natürlich jeden Tag gut geschwitzt und ja, es macht einfach glücklich, es macht Spaß an sich zu arbeiten. Ich liebe das. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie auch ein bisschen motivieren dazu und vielleicht auch ein besseres Körpergefühl vermitteln beziehungsweise euch helfen, Fett zu verbrennen, Muskeln aufzubauen und einfach glücklicher zu sein. Ja, falls du noch nichts davon gehört hast, kannst du dir unter diesem Video, ich werde es einfach mal in die Infobox tun, meinen Mitgliederbereich angucken, beziehungsweise du kannst dich dazu anmelden und dann kannst du dich, wie gesagt, ein halbes Jahr von mir coachen lassen, wenn du das möchtest. Ansonsten ist dieses Programm jetzt zu Ende. Es ist ein halbes Jahr und ich will jetzt weiterarbeiten an anderen Projekten. Und zwar habe ich mir gedacht, Frauen sind ungeduldig, Frauen wollen immer alles sofort, Frauen wollen möglichst alles schnell. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich mache was für euch, der Sommer ist da und zwar mache ich ein 30-Tage-Programm, SOS-Bikinibauch in 30 Tagen. Da geht es wirklich darum, noch schneller Fett zu verbrennen, weil man wirklich unter Zeitstress ist und man möchte in den Urlaub fahren oder irgendwelche Dinge stehen vor der Tür, eine Hochzeit oder man muss gut aussehen für ein besonderes Date und man hat irgendwie nur kurze Zeit dazu. Zeit und nicht so ein halbes Jahr, was ja wirklich lange ist. Für all diejenigen, die längerfristig dabei bleiben wollen, empfehle ich meinen Bikini-Mitgliederbereich und die anderen, die schnelle Erfolge noch schneller haben wollen, das 30-Tage-SOS-Bikini-Programm. Daran werde ich nämlich jetzt arbeiten. Also es gibt es noch nicht, aber wenn es fertig ist, informiere ich euch darüber und ich hoffe, wir können dann zusammen an uns arbeiten. Es wird so sein, dass ich da jeden Tag ein Video machen werde, entweder ein Rezepte poste oder meine Lieblings-Geheimtipps euch weitergebe oder auch kleine intensive Crossfit-Einheiten euch zeige, die ihr direkt mitmachen könnt oder auch im Studio umsetzen könnt. Ja, das ist einfach hier so ein kleines Update von mir. Wie schaut es aus bei mir privat und auch beruflich? Ich stehe kurz vor meinem Examen. Im Dezember habe ich meine Examsprüfung und bin dann hoffentlich, hoffentlich drückt mir alle die Daumen, Lehrerin für Sport und für Geschichte und ich hoffe, dann habe ich noch mehr Zeit, noch mehr für YouTube auch zu drehen. Hier kam ja immer nur ein Video in der Woche, manchmal auch keins. Ich hatte nicht so viel Zeit zum Drehen, aber wenn ich dann erstmal fertig bin und Lehrerin bin, habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, auch noch für YouTube was zu machen, zusammen mit Kolja viel, viel mehr zu unternehmen. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch rund um mein Leben, um mein Training auch habt, dann postet das doch einfach hier unten in den Kommentaren. Und ansonsten, was gibt es noch? Ja, ich mache mein Training immer, es läuft wirklich gut, habe da auch relativ viel Zeit für aufgewendet. Ich mache diese Crossfit-Einheit. Ich liebe Crossfit, ist irgendwie immer in meinen Gedanken. Alles dreht sich darum und ja, dann hoffe ich, ich konnte euch erstmal soweit aufklären und wir sehen uns dann im nächsten YouTube-Video. Ich freue mich. Bis dann, bleibt fit oder werdet fit. Mua, ciao!